RTV begrüßt Sie heute zu einem ganz besonderen Anlass hier in der Karosserie Werkstatt Riffey in Bändern. Denn genau vor gut zehn Jahren hat Herr Mifther Riffey die Werkstatt zu neuem Leben erweckt. Und egal ob Sie Ihr Auto reparieren oder lackieren lassen möchten, Riffey macht es möglich. Denn hier wird sehr viel Liebe in die Qualität gesteckt. In allen Fällen nimmt sich die Werkstatt Ihrem Karosserieschaden mit größter Sorgfalt an. Bei Riffey bekommen Sie Ihr Auto in der Ursprungsform und mit neuem Glanz zurück. Ob Lackierservice, Karosseriesprenglerarbeiten, Reifenservice oder Scheiben- und Glasservice, bei Karosserie Riffey ist Ihr Auto in besten Händen. Der Auto wird genauestens begutachtet, demontiert und neu lackiert. Lackierqualität auf höchstem Niveau, dank den top ausgebildeten Fachkräften und den modernsten Anlagen. Es werden ausschließlich umweltfreundliche, auf Wasser basierende Lacke verwendet. Auch Autoreifen werden sehr hoch beansprucht. Deshalb steht die Qualität der Reifen und ihre Sicherheit auch hier an erster Stelle. Das größte Anliegen der Werkstatt ist die Sorgenfreiheit des Kunden bei Überlassung ihres Fahrzeugs. Und wenn der Kunde zufrieden den Hof verlässt, dann freut sich natürlich auch das Team. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.